Die DHV News vom 11. März 2022. Wir haben ein Lauterbach-Problem. Nicht mit Gras werfen. Die DHV News vom 11. März 2021. Die riesigen Berge-Atombomben in der Nachbarschaft ist echt ein Drama. 100 Milliarden mal ebenso für die Bundeswehr. Flüchtlingsströme ohne Ende. Das ist wirklich hartes Brot. Ich war ja im Urlaub jetzt anderthalb Wochen und konnte mir das mal richtig in Ruhe reinziehen, ohne Cannabis deswegen zu vernachlässigen. Ja, das macht nicht gerade gute Laune und die ganze Community war relativ ruhig auch in der Zeit. Hat jetzt nicht die üblichen Forderungen lauthals rausgeposaunt und so weiter. Ja, weil halt das vielen nicht angemessen erschien in dieser Situation und auch für mich jetzt hier News drehen wieder ganz normal ist nicht einfach. Deswegen auch an der Stelle nochmal volle Solidarität Richtung Ukraine. Ja, also dass der Putin kein Kuschelbär ist, das war ja immer schon klar, aber dass er jetzt auf seine alten Tage nochmal den Adolf raushängen lässt, auf so eine drastische Art und Weise einfach ein Nachbarland überfallen mit Bombenkrieg überziehen. Also damit habe ich tatsächlich auch nicht gerechnet und ist halt ein riesen Desaster, das Ganze. Trotzdem, was soll man machen? Den Kopf in den Sand stecken ändert auch nichts an der Situation. Und wenn jetzt hier keiner mehr irgendwas macht, ja, dann ist er damit auch in Putins Sinne vielleicht. Insofern, ja, Augen zu und durch. Oder nicht Augen zu, aber weitermachen einfach, ist angesagt. Und das tun wir hiermit und liefern die nächsten DHV-News. Nur, dass ihr nicht denkt, das würden wir ignorieren, ja, oder so. Also das ist natürlich auch für uns nicht gerade gute Launestoff, was wir da in Nachrichten sehen. Martin meinte noch, wir müssen unbedingt einen lustigen Ausschnitt bringen aus einem Flüchtlingsbus aus der Ukraine. Ich habe erst gesagt, so, da ist eigentlich nichts Winziges dran, so kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Andererseits, der junge Mann in dem Video lässt sich auch nicht unterkriegen, ja. Und was soll's, eine Szene aus einem Bus mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Ab geht's. Ja, der Mann hat unkaputtbare Laune, ja, unglaublich. Vielleicht sollte mir einer sagen, dass es was Wichtigeres gibt als Cannabis, aber so oder so, der kommt wohl da durch, wie es aussieht. Ich mache also auch weiter und mit dem nächsten Hinweis auf die Cannabis-Normalkonferenz. Die hatten wir ja schon länger angekündigt, dass wir die machen. Haben deswegen auch die Spenden gesammelt, um auf der Konferenz mit euch, mit Experten, Wissenschaftlern, Politikern, die Details der Cannabis-Legalisierung zu besprechen, denen einiges auf den Weg zu geben. Auch für uns als Handverband einiges mitzunehmen aus diesen Debatten. Was ist euch besonders wichtig? Wo sind die Prioritäten? Wie rum soll man bestimmte Regelungen stricken? Da gibt es ja so viele Details. Ich habe da hier schon einiges gebracht. Kommt auch gleich nochmal einiges dazu, zu dem Thema Details. Auf jeden Fall, diese Konferenz hat jetzt ein Datum, das wollte ich damit sagen. Ja, save the date im Kalender, blockieren, fett, rot, wie auch immer, vom 17. bis 19. Juni. Freihalten. Weitere Details zum Ticketkauf und zum Programm und so weiter kommen noch. Nur, dass ihr euch da nicht ärgert nachher, wenn ihr da irgendwie jetzt irgendwelche Termine auf dieses Wochenende gelegt habt. 17. bis 19. Juni in Berlin, Alte Münze. Da waren wir auch 2018 mit der Cannabis-Normalkonferenz. Also manche kennen das da auch schon. Und da wisst ihr also soweit Bescheid. Mehr dazu kommt noch. Und noch eine letzte Bemerkung. Ich war zusammen mit Kollegin Maria vom Handverband bei Burkhardt Blienert zum ersten Mal. Antrittsbesuch beim neuen Drogenbeauftragten. Kennenlernbesuch kann man jetzt nicht sagen. Blienert ist ja jetzt kein Unbekannter. Wir hatten vorher schon auch mit ihm zu tun. Es gibt auch ja ein Interview hier zum Beispiel im Kanal mit Blienert. Und einige seiner Mitarbeiter waren auch dabei. Und genaue Inhalte über solche Gespräche, die man da intern halt mal zum Kennenlernen oder zum Erstkontakt sozusagen führt, gibt man nicht raus, macht man nicht sozusagen, redet man ein bisschen so, ja geheimwärts nicht sagen, aber vertraulich oder was, dann können wir auch einen Ticken offener irgendwie damit umgehen. Waren auch ein paar Mitarbeiter von Blienert dabei, die ich bis dahin nicht kannte. Insofern erstmal ein bisschen warm werden sozusagen. Und natürlich werden da jetzt keine bahnbrechenden Dinge beschlossen, ja, dass da manche Leute denken so, die haben jetzt da irgendwas festgeklopft oder festgezurrt oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir sind nur eine von tausend Initiativen, die da jetzt gerade vorsprechen sozusagen, oder die Blienert sich anhört, vielleicht auch mal hinreist und sich anguckt, was sie da vor Ort machen. Aber wir sind eben Teil dieser ganzen Parade sozusagen, die jetzt da an ihm vorbeiläuft. Und insofern geht es halt darum, da eben ein paar Sachen reinzubringen sozusagen in der Stunde, die man hat, ein paar Impulse zu setzen, Kontakt zu knüpfen sozusagen und dann zu sehen, wohin die Reise da geht. Aber natürlich ist das dann eine Gelegenheit, wo wir mehr von uns aussagen, ja, wo seine Rolle ist dann zuzuhören und nicht umgekehrt wie bei den Interviews hier, wo ich eben im Kanal eher Fragen stelle und die Leute reden lasse, ist halt ein Interview dann. Diese Gespräche haben einen anderen Zweck, da hören die Politiker uns eher zu. Und wir versuchen sie von bestimmten Details zu überzeugen, was unsere Hauptforderungen sind. Wisst ihr ja, schnelle Entkriminalisierung zum Beispiel, Führerschein, Eigenanbau, solche Dinge. Aber wie gesagt, da wird nichts beschlossen, sondern da hört man sich zu. Wir bleiben auf jeden Fall dran und drin in diesem ganzen Prozess zusammen mit vielen anderen NGOs und so weiter, um da sinnvolle Regelungen im Sinne der Konsumenten und der ganzen Gesellschaft durchzusetzen. Und wie dick die Bretter sind, die wir da noch zu bohren haben, zeigt ein Lauterbach-Problem, das wir haben. Das ist schon fast zwei Wochen her oder wenn die News online sind, ist es zwei Wochen her. Das ist also ungefähr, kurz nach dem Dreh der letzten News ist es gekommen, vor zwei Wochen schon ein Interview mit Lauterbach bei Thilo Jung, wo er halt danach gefragt worden ist, wann jetzt die Legalisierung kommt und das Ergebnis seht ihr hier. Apropos Koalitionsvertrag und bevor ich es vergesse, wann kommt denn die Cannabis-Legalisierung? Ja, die war jetzt in der ersten Phase der Regierungsarbeit keine Priorität. Wir haben sehr viel Arbeit zu leisten und da waren man Energien konsumiert durch die Bewältigung der Delta. Ist das so kompliziert, das zu legalisieren? Das ist schon relativ kompliziert. Man muss sich schon relativ genau überlegen, also wie wird die Qualität gesichert, wer darf also... Wann bekommen wir die Legalisierung? Auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode. Das wird auf jeden Fall kommen. Also ob das in diesem Jahr noch kommt, weiß ich nicht. Wir machen hier seine Vorhabenplanung. Ich habe eine Vorhabenplanung gemacht der Dinge, die wir in diesem Jahr noch machen wollen. Und das ist schon ein sehr... Steht da Cannabis drauf? Da ist Cannabis bisher nicht drauf, aber das ist ein riesiger, sackvoller, wichtiger Vorhaben, die in diesem Jahr alle gemacht werden müssen, die zum Teil auch lange dauern. Wenn da noch Raum für Cannabis besteht, dann kommt das auch. Ich frage mich nämlich, weil im Koalitionsvertrag steht zur kontrollierten Abgabe von Cannabis, Zitat, das Gesetz, was ihr machen wollt, evaluieren wir nach vier Jahren. Das bedeutet ja nicht in dieser Legislaturperiode. Ja, aber dann schiebt ihr das auf die nächste Regierung. Ja, wir schieben nicht. Ich habe das so verstanden, dass ihr das jetzt so schnell wie möglich macht und am Ende der Legislaturperiode überprüft. Das kann ich verstehen für jemanden, der im Lesen von Koalitionsverträgen nicht so geübt ist. Aber das also bedeutet normalerweise, dass es in dieser Legislaturperiode kommt und in der nächsten also evaluiert wird. Ja, das ist deshalb ein Problem. Grundsätzlich, also nicht nur, weil Verzögerung natürlich sowieso doof ist und wir so schnell wie möglich die Legalisierung haben wollen. Aber wenn wir jetzt dieses Jahr nicht anfangen, kann es sein, dass wir sie gar nicht kriegen. Ja, alle rechnen mit einem Diskussionsprozess von zwei Jahren, möglicherweise auch länger. Und wenn wir dieses Jahr damit nicht anfangen, dann sind wir zu nah an den nächsten Bundestagswahlen dran und müssen befürchten, dass wir es gar nicht fertig kriegen. Ja, ich weiß nicht, was Lauterbach sich dabei denkt, wenn er so weit erzählt. Kommt auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode, aber fangen wir vielleicht gar nicht dieses Jahr an. Das ist Quatsch, ja, das muss dieses Jahr losgehen. Und er muss ja gar nicht viel tun. Ist ja nicht so, als müsste Lauterbach selber sich hinsetzen und das Gesetz da zusammen fabulieren oder so. Das ist ja auch kein Jurist, hat er ja gar keine Ahnung von im Grunde letztendlich. Aber er muss halt mal klären, wer in seinem Ministerium dafür zuständig ist, genau das zu tun, ja, eben diesen Entwurf zu machen, vielleicht auf Grundlage des grünen Cannabiskontrollgesetzes oder auch nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall muss da einer für zuständig sein und das Ganze koordinieren, unter anderem mit anderen Ministerien, mit den Politikern, mit Fachleuten, Verbänden und so weiter. Und ja, wenn Lauterbach eben sagt, so in seiner Vorhabenliste ist das nicht drin, ja, dann passiert halt nichts. Und das müssen wir verhindern. Das wird auf jeden Fall Thema sein für uns beim Handverband in den nächsten Wochen. und wir bleiben da dran. Und nächste Woche gibt es mehr dazu. Ich denke, da werden wir auch eine kleine Mitmachaktion wahrscheinlich haben, um Lauterbach da doch noch zur Bewegung zu bewegen, sozusagen. Jetzt die versprochenen weiteren Details zur Legalisierung und zwar hat die DHS, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, zusammen mit einigen anderen Suchtfachgesellschaften, ja, können wir mal nachlesen da meinetwegen, was eine Suchtfachgesellschaft ist. Auf jeden Fall haben die ein gemeinsames Positionspapier vorgelegt, die DHS zusammen mit der DGS, DGSucht und DGSPS, ja, guckt da halt nach, was das sein soll. Die Zeitungen haben teilweise immer wieder dramatisch getitelt von wegen Suchtfachleute gegen Legalisierung oder so oder warnen vor Cannabis. Und da im Prinzip zumindest impliziert, ja, dass sie gegen die Legalisierung sind. Aber das ist gar nicht der Fall. Die befassen sich mit der Situation der Legalisierung, dass sie kommt. Die DHS zum Beispiel selbst hat auch einen Grundsatzbeschluss pro Legalisierung im Grunde. Also die haben da gar nichts gegen, aber sie machen sich halt Sorgen oder um Jugendlichen, ja, wie immer und um die Risiken überhaupt von Cannabis und dass man das eben so regulieren muss, dass möglichst wenig Risiken auftauchen. Ist ja im Grunde auch richtig, sehen wir auch so. Aber ein paar Details aus deren Vorschlägen, die ich eben nicht besonders toll finde, ja, nenne ich hier mal. Und zwar zum Beispiel wird vorgeschlagen, dass die Verkaufsstellen einen Mindestabstand zu Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen einhalten müssen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, den die Holländer auch schon ewig machen, Abstand zu Schulen für die Coffeeshops, was ich nicht für besonders zielführend halte. Ja, ich habe auch eine Kneipe neben der Schule gehabt damals, wo Alkohol ausgeschenkt wurde. Ich glaube, ich war da nie drin, in meinem Leben nicht ein einziges Mal und habe deswegen bestimmt keinen halben Liter Bier mehr getrunken, weil ja die Kneipe war. Aber es schränkt halt Möglichkeiten ein sozusagen, bis hin zu, je nachdem, wie groß der Radius ist, dass man kaum noch einen Ort hat, wo überhaupt so einen Laden aufmachen kann, ohne dass ich da jetzt irgendeinen großartigen Sinn drin erkenne. Aber auch hier wieder eure Meinung dazu in die Kommentare. Findet ihr das richtig, Abstand zu schulen oder nicht? Dann, der Konsum in Verkaufsstellen wird nicht gestattet. Das halte ich auch für nicht richtig. Wir dürfen auch Alkohol in Kneipen gemeinsam konsumieren. Da ist auch eine gewisse Kultur dabei, ja, also Rauschkultur, Alkoholkultur, auch immer Eckkneipenkultur vielleicht am ehesten. Aber das gehört natürlich auch für Cannabiskonsumenten dazu, gemeinsam zu konsumieren. Auch nicht alleine im stillen Kämmerlein zu Hause, sondern dann lieber in Gesellschaft. Und ja, warum nicht denen auch einen Ort bieten, wo sie zusammen konsumieren können, sehe ich jetzt auch keinen Sinn drin. Dann THC-Obergrenze von 15%. THC wird halt für die Cannabisprodukte vorgeschlagen. Das halte ich für deutlich zu wenig. Ich bin überhaupt nicht für eine Obergrenze. Von mir aus darf es auch starke Extrakte geben. 15% ist wahrscheinlich zum Schwarzmarkt nicht konkurrenzfähig, den man ja verdrängen will. Insofern kann man nicht unrealistische Forderungen stellen. Keine Edibles, das ist ein interessanter Punkt, ja. Also keine essbaren Cannabisprodukte, die kann man ja selber letztendlich herstellen und Kuchen und Kekse machen. Das ist halt ein bisschen aufwendiger, wenn man dann halt vorher den Rohstoff kauft. Auch da bin ich aber skeptisch und würde das zulassen. Dabei natürlich auf die Packungen achten, dass das nicht für Kinder attraktiv wird. Gummibärchendesign, aber ganz grundsätzlich finde ich das unproblematisch. Aber auch da, ja, eure Meinung, bin gespannt. Man kann natürlich leichter überdosieren bei Edibles, auch wenn man nicht daran sterben kann. Anbau und Betrieb durch staatliche Stellen, um Cannabisabgabe von Cannabisverkaufserlösinteressen zu trennen. Das finde ich auch schwierig, ja. Dann frage ich mich auch, warum wird da nicht gleichzeitig mitgefordert, dass der Staat auch Alkohol verkaufen soll, selbst produzieren soll, ja. Ich glaube, das wird nirgendwo hinführen, halte ich nicht für realistisch. Und ich glaube auch nicht, dass der Staat dann, wenn er anfängt, selber Sorten anzubauen und auszusuchen und so, da großartig Innovationskraft hat oder, ja, neue Sorten mit besonderen Duftnoten oder irgendwas zu kreieren. Da wird wahrscheinlich der Schwarzmarkt kreativer sein am Ende und, ja, dadurch auch eine gewisse Existenzberechtigung haben für die Konsumenten. So, andere Punkte in dem Papier finde ich durchaus gut. Ja, ich habe jetzt nur ein paar Beispiele genannt. Papier ist verlinkt, könnt ihr euch angucken. Und, ja, ruft einmal mehr danach, dass wir auch unsere Eckpunkte bald vorlegen. Langsam kommt auch Nachfrage aus der Politik. Insofern sind wir dann auch gut unterwegs jetzt an dem Punkt. Wenn wir das vor Weihnachten gemacht hätten, ja, dann wäre das noch viel zu früh gewesen. Jetzt werden wir damit ganz gut reingrätschen in die Debatte. Und solche Forderungen werden natürlich auch in die weitere Debatte eingespeist werden, ja. Die fordern unter anderem auch so eine Expertenkommission, die hat das Ganze begleitet mit Fachleuten, wollen sicherlich selber drin sitzen. Wir wollen auch drin sitzen, ja. Insofern werden die solche Punkte einbringen. Und ich werde für den Landverband dann dabei sitzen im besten Fall und, ja, dagegen argumentieren. Ja, mal gucken, was dann am Ende der Kompromiss da sein wird. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos? Und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de Slash unterstützen. Link in der Infobox. 5 Jahre Cannabis als Medizin. Das geht schon seit Wochen durch die Medien, ja. Weil jeder kann sich selbst aussuchen, wann denn dieser 5-Jahre-Punkt gekommen ist. Ob das der Beschluss im Bundestag ist, Bundesrat, Unterschrift Bundespräsident. Ich finde in dem Fall in Kraft treten ganz gut. Also der Moment, ab dem dann Cannabis tatsächlich verschrieben werden kann, in Apotheken abgegeben werden kann. Das war der 10. März 2017 und damit sind jetzt auch, was das angeht, die 5 Jahre voll. Und darauf haben einige Verbände reagiert. Unter anderem der Brachnischen Verband Cannabis Wirtschaft zusammen mit dem VCA, also Verband Cannabis Verkloppender Apotheken. Die haben eine gemeinsame Pressemitteilung rausgegeben und die bestehenden Probleme nochmal dargestellt und Lösungen vorgeschlagen und gefordert. Und die ACM auch, die Arbeitsgemeinschaft Cannabis für Cannabinoid, Medikamente. Ähnlich nochmal auch per Pressemitteilung. Das ist alles verlinkt, könnt ihr euch angucken. Und das sind halt die üblichen Themen, die auch wir vom Handverband schon seit Jahren vorbringen und bei jeder Gelegenheit die politischen Diskussionsprozesse einbringen. Ja, wenn wir Abgeordnete vor der Nase haben oder wenn wir von Presse danach gefragt werden. Ein Beispiel ist diese Praxis der Krankenkassen, jede Menge Anträge auf Kostenerstattung abzulehnen. Ja, einfach zu sagen, machen wir nicht ein Drittel der Fälle ungefähr und viele andere Sachen als Schmerzen werden schon gar nicht mehr beantragt, weil da die Quote noch geringer ist. Also die bremsen das Ganze aus, die verhindern, dass bedürftige Leute Cannabis als Medizin kriegen. Und das muss abgeschafft werden, nur mal als ein Beispiel. Ich habe euch auch nochmal eine Stellungnahme von mir für den Bundestag verlinkt von der letzten Anhörung Cannabis als Medizin, wo ich das auch ähnlich auseinander gedröselt habe. Also da stehen wir an fast allen Punkten dahinter. Gute Aktion von den Kollegen, alles verlinkt in der Videobeschreibung, da könnt ihr nochmal nachgucken. Was aber auch nicht verschwiegen werden sollte, vor dem Gesetz 2017 gab es 1000 Leute in Deutschland, die per Ausnahmegenehmigung Cannabis als Medizin bekommen haben aus der Apotheke. Jetzt, fünf Jahre nach dem Gesetz, dürfte die Zahl über 100.000 Patienten liegen, die mit Cannabis versorgt werden, legal aus der Apotheke. Und das ist eine Verhundertfachung der legalen Cannabis-Patienten in fünf Jahren. Das ist auch nicht so ganz schlecht, muss man vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal sagen. Aber viele sind eben noch nicht versorgt. Ein Game Changer war das ganze Ding trotzdem. So, jetzt noch zwei skurrile Sachen hintereinander. Das eine ist ein Maskenverweigerer, der die Polizei mit Drogen bestechen will. Ja, tolle Geschichte. Da zitiere ich mal ein bisschen aus der dpa-Meldung hier von Zeit.de. Ein Maskenverweigerer hat im Dortmunder Hauptbahnhof vergeblich versucht, Polizisten mit Drogen zu bestechen. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Beamte den 19-Jährigen angehalten, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Bei der Kontrolle habe er sich laut Polizei nervös verhalten. In seinen Hosentaschen fanden die Beamten eine Amphetamine. Mehrere, ja, Mehrzahl. Keine Ahnung, wie viele Amphetamine er jetzt dabei hatte. Drei oder vier Amphetamine in der Tasche. Das geht nicht hervor aus der Meldung, was die sich darunter vorstellen. Dass der Typ nervös war, wenn er ohne Maske da rumläuft und Speed in der Tasche hat, ist auch kein Wunder. Vielleicht war das so eine Art Mutprobe oder so. Boah, ich gehe jetzt ohne Maske durch den Bahnhof mit Speed in der Tasche. Keine Ahnung, ja. Aber dass der Kollege auch nicht besonders hell war, zeigt sich dann, als er dann den Polizisten angeboten hat, die Drogen zu behalten. Ja, daraufhin habe der Mann angeboten, ihnen die Drogen zu schenken, wenn sie ihn dafür gehen lassen würden. Ja, das ist natürlich auch Quatsch, weil er sowieso beschlagnahmt wird. Und wenn da korrupte Polizisten sind, die sich für Drogen interessieren, behalten die das eh. Ja, das ist jetzt keine dolle Schenkung vom Betroffenen da. Und dann geht es weiter. Als die Polizisten nicht darauf eingingen, sei der Verdächtige immer aggressiver geworden, sodass sie ihn mit zur Wache nahmen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Ja, richtet sich auch noch auf, weil die Polizei irgendwie seine Drogen nicht geschenkt haben will, um sie damit zu bestechen. Vielleicht keine gute Idee auch. Naja, also skurril auf jeden Fall die Nummer. Und davon habe ich noch eine, nächster Fall, aus Bayern. Ich habe ja schon mehrfach betont, dass Cannabis nicht harmlos ist. Und scheinbar macht Cannabis auch lärmempfindlich. Wir hatten ja letztens schon mal hier vor kurzem eine Geschichte von jemandem, der sich über Baulärm beschwert hat und dann die Bauarbeiter mit Eiern beworfen hat. Und dann wurde bei ihm zu Hause, als die Polizei dann kam, eine Cannabis-Plantage gefunden. Ja, und ich habe gesagt, Leute, wer Cannabis anbaut, sollte nicht Bauarbeiter mit Eiern bewerfen. Und scheinbar hat auch die Frau das gesehen, um die es jetzt hier geht, aber nicht mehr so richtig sich daran erinnert. Irgendwie war es falsch verstanden. Jedenfalls hatte die auch Lärm vor der Tür, lachende Jugendliche. Und hat sich vielleicht erinnert, ah, DHV-News, da war mit Lärm und Werfen und Cannabis irgendwie. Und dann hat sie eine kleine Menge Gras nach den Jugendlichen geworfen und hat gesagt, das sollen sie mal aufheben und irgendwo anders hingehen, das rauchen, damit da nicht so ein Krach hier vom Fenster mehr ist. Das haben die aber nicht gemacht, sondern sind zur Polizei gegangen. Und die Frau hat jetzt Strafverfahren am Hals wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige, was nochmal tatsächlich zu drastischen Strafen führen kann. Aber es scheint doch immerhin nicht zu den Nebenwirkungen von Cannabis zu gehören, DHV-News falsch zu verstehen, sondern nach Polizeiangaben war die Frau zum Tatzeitpunkt betrunken, als sie ihr Gras nach den Jugendlichen geworfen hat. Jedenfalls auch kein Gras nach Jugendlichen werfen. Ja, genauso wenig wie Eier auf Bauarbeiter. Das ist immer schwierig, diese Message mit Verneinung. Kein Gras, nicht werfen, ja, das gehört dazu. Ja, also nicht machen. So, damit kommen wir zu den Terminen. Ortsgruppen, jede Menge, langsam geht es wieder los da draußen. Wir haben auch zwei neue Ortsgruppen, die gegründet wurden. Beide, glaube ich, auch in Medien gewesen sind. Ja, mit Paywall, ja, ich hasse Paywalls mittlerweile. Aber immerhin, schöner Start. Unter anderem in Bamberg und das andere war, was war überhaupt nochmal, Dortmund oder was? Naja, ich glaube, die sind heute nicht dabei. Also geht los. Oldenburg, 13. März. Online-Treffen. Nochmal 13. März. Auch Online-Treffen. Ortsgruppe Regensburg. Dienstag, 15. März. Heidelberg, offener Hanftisch. Klingt nicht nach online. Hamburg wieder online, 15. März. Ortsgruppe trifft sich. Basteltreffen. Das ist garantiert nicht online. In Braunschweig, Mittwoch, 16. März. Am selben Tag in Traunstein. Ein Hanftisch der Ortsgruppe Chiemgau. Bamberg. Da sind sie. Treffen der DHV-Ortsgruppe. Am Freitag, 18. März. Nochmal Freitag, 18. Stuttgart. Treffen der Ortsgruppe. Heidelberg. Infostand. Der erste und einzige Infostand. 19. Samstag. 19. März. In Heidelberg. Auf den letzten Metern verkratzt mein Hals hier noch. Oldenburg. Sonntag, 20. März. Online. Hanf-Schnack. Und zuletzt Heidelberg. Nochmal der Hanftisch. Diesmal online. Der Ortsgruppe Rhein-Neckar. Dienstag, 22. März. So. Wenn euch meine Hüßlei hier fürchterlich missfallen hat, dann drückt den Dislike-Button. Wenn euch das Video ansonsten einigermaßen okay gefallen hat, Daumen hoch. Und natürlich den Kanal abonnieren. Die Glocke beklingeln da irgendwie, damit ihr da auch mitkriegt, wenn hier noch weitere Videos hochgeladen werden. Manchmal kommen ja auch welche zwischen den News und ein paar Interviews sind auch schon wieder in der Pipeline. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.